Quatsch Oh, der Camo Ach toll, da kamen 2 von der Mitte Oh, da ist noch einer Fuck Ich hab dich nachgeladen, ja das ist natürlich dumm Du bist auch tot, oder? Ach so, das switcht immer auf ähm Ja, das switcht immer auf den Spawn, der schneller spawnt Also, der schneller Spawn Oh Gott Der schneller spawnen würde Ah fuck, ich wollte gar nicht snipern Jawoll Egal Ey, das macht echt Spaß zu snipen Besonders, weil man einfach nur One-Hits macht Ah ne, ich musste bisher beide Kills Ach so, wollen wir blocken hier Fuck off Wo ist er? Okay Ich hab eben einen gesehen, wo ist er? Oh Gott Darum war einer, glaub ich Ich bin... No, da war keiner Ach, das ist ja gar kein Gegner Das ist ja gar kein Gegner Ich krieg hier schon voll die Panik, ey Jaaaa Wir müssten übrigens langsam mal was zustande bringen Ja, vielleicht, ne Vielleicht Oho Irgendwas Irgendein Artillerieergriff ist auf mich ausgeübt worden Kopftreffer Oh fuck, alter Boah, nee Ich würd ganz gern mal Alter, was zur... Mein Soldat Ja, komm, okay Ja, komm, okay Okay, das war's Das war's Scheiß auf den Sniper Den werd ich vielleicht als Verteidiger spielen Ähm, so Das Backups Weil er's einfach kann Okay, von mir aus kann's losgehen Ach, ich kann nur die Waffe nehmen, ja okay Vielleicht bitte mal ne andere Optik mittlerweile nehmen Ne, auch nicht Also ich glaub ich werd einfach Ich werd die komplette Beta aufnehmen Also von Level 1 jetzt bis Level 12 Hast du ja in der Aufnahme schon fast Jetzt nicht am Stück, sondern Morgen auch noch und so Ach, fuck off Vielleicht brauchst du ja nur diese eine Nacht für Bei welchen Level bist du denn gerade? Äh, fünf glaub ich Och ja gut, okay, da brauchst du ja noch ein bisschen Ja, sieben Level noch, aber Ja, das wird ja auch immer länger brauchen, also von daher Vor uns sind glaub ich zwei Fuck, ja, sind zwei Ja, ja, da klagst, ne? Was sagst du zu der Granate, hä? Tja, gar nichts, weil du tot bist Ha! Okay Holy... Ja, toll, da kommt der zu dritt Fair Play meine ich Oh Gott, zu dritt, ja fuck, ich sehs Ich hab einen Wie konnte... Hä? Was hab ich für ne scheiß Pistole, Alter? Ich spamm den Twigger und er... Also mit der Pistole muss man echt extrem schnell sein Du kannst gar nicht schnell sein Ich spamm den Twigger wie ein Behinderter und er macht so kleine Pups-Schüsse, ey Ey, die Pistole sieht irgendwie voll mickrig aus Das liegt daran, was sie mickrig ist Ja klar, aber nicht so mickrig, ich mein... Ich spiel mal die Sniper, ey, da hast du ne G18, da fickst du alles weg Die sieht ja total mickrig aus Oh, die Bombe wurde gelegt Ja, ja klar, da hab ich gerade einen gesehen Na, wo bist du, wo bist du, hä, wo bist du? Du bist tot Achter, wo denn? Wirklich, komm, Deckung vom Team, das ist unglaublich Ich bin da voll schlecht, 6,8 Set Ich hätte nicht snipen sollen, das hat mir voll die Stats ruiniert Na, fuck mich mal Wieso kann ich bei dir nicht spawnen? Ach, du bist in Gefahr Ist das so? Jetzt dürfte ich eigentlich nicht mehr in Gefahr sein Jetzt bist du wieder in Gefahr Das ist ganz geil, weil ich dir sagen kann, dass irgendwie immer Gegner in der Nähe sind Ja, ich seh auch, wenn ich in Gefahr bin Und schon wieder, Alter, jetzt bleib mal da, wo du bist Ich bin nicht in Gefahr Das Spiel denkt aber anders Ach komm, wirklich Das war doch eins Das war ein eindeutiger Headshot Lebst du noch? Ne Ja, ich seh grad Teammate möchte bei dir spawnen Mein Soldat Dann werde ich jetzt mal wieder mit dem Komm, lad nach, lad nach Ich werde jetzt mal mit dem Kanonier spielen Ha! Jetzt direkt Nein, wieso habe ich die Piste? Ja, jetzt bin ich auch tot Also, okay Na dann Uh, 12,8 Oh, ich bin positiv Wie geht denn das? Ich bin positiv Alter Das übersteuert der mal dreckig Ja, ja, ja Besteuert das überdreht mal dreckig Ha, ich hab den Kilo geklaut Das ist auch voll schwierig mit der Waffe Das ist so eine COD-Krankheit Ich hab irgendwie 41 Schuss verbraucht und lad nach Obwohl ich noch 100 hab Ja, das mach ich aber auch Jetzt werde ich grad von allen eingeladen Dass ich die Beta mit denen spielen soll Ja, du kannst die ja irgendwie einladen Ja, aber ich glaub Während du spielst? Keine Ahnung Aber die laden mich ein Ich will ja nicht von denen eingeladen werden Ja wohl doch Eigentlich will ich immer von denen eingeladen werden Ich hab keinen Bock jetzt die Frage Lädst du mich ein? Dann sollen sie einfach nachjoinen Ja Ich bin nicht deren in Weidesel Oh Gott Triff ihn, triff ihn Danke Ey, ich hab schon keine Gegner mehr gesehen Wo bin ich? Bin ich schon, aber nur tot Ich sehe tote Pixel Ey, oben auf der... Ah, aus dem Heli kommen sie Das ist doch nicht für ein Heli Wieso haben wir den noch nicht? Ist das so ein mobiler Spawnpoint? Seems legit Oh fuck Oh fuck Wir kommen hier auch gerade nicht weg Weil das hier irgendwie der einzige Zugang ist Hab ich so das Gefühl Alter, ernsthaft? Jetzt stirb doch mal Okay War das denn? Ich werde beim... Ähm... Das hab ich ja nicht immer gespielt Kein Plan Oh fuck Ich werd... Ja shit, ich wollte zur Bombe rennen Ich werde beim Angreifer leiten Ja, hab ich auch gerade Denn mit dem komm ich eindeutig am besten zurecht Der Kanonier ist nichts für mich und beim... Aber so... Sobald ich, ähm... Hier Verpiss dich Oh Gott Sobald ich das Ding freischalte Für... Die Sniper irgendein Nahkampfvisier Werd ich erstmal mit der wieder spielen Fuck Oh man 77 Gesundheit Ah, du bist in Gefahr Bin ich nicht Und jetzt nicht mehr Und jetzt bist du wieder in Gefahr Und jetzt wieder nicht Jetzt bist du wieder Fuck Da ist ein Geg Er rennt an dir vorbei Weil das kann Oh ich will ihn Ich will ihn assassinateen Ich will ihn assassinateen Bleib doch stehen Jawoll Ach du Scheiße Jawoll Jawoll, jawoll, jawoll Sah das bei dir grad auch so brutal aus Wie in der dritten Perspektive? Naja, er hat sich umgedreht Ich hab ihm irgendwie Den Tomac auf den Kopf geschlagen oder so Ja bei mir nicht nur Bei mir hast du ihn einmal Zweimal in den Magen gehauen Und dann voll in den Kopf gejagt Das Ding Ja sah bei mir irgendwie ein bisschen anders aus Schwedischer Sock S-O-G Speer Ist kranky? Kann ich dich irgendwie anhitten? Äh Probier's Ich hab dich grad eingeschossen Also eigentlich Also ich krieg nichts, ne Okay Gut, weil du bist mir grad voll ins Visier eingelaufen Ich bin so sorry Nein, what the fuck So, genug gecampt Ich hab grad Nein, fuck Komm schon Yes, nein Doch, doch Okay, ich hab zwei Leute Assassiniert Glaub, also einen Assassiniert und einen Einfach so Ach Scheiße, gut Merkt Merkt S-Leute, lauf niemals an den Gegner spawnen Hab ich auch grad gemacht Neuer Freistaltung, schwedischer Sog Okay Ja, den hab ich auch Okay Klasse Jetzt, äh Macht es wieder Sinn, das Spiel zu spielen Jetzt, wo ich den Freier Ja Jetzt, wo du die Schweden hast Ja Oh Gott Ich renne direkt in ihn rein Ich hätte auch gekillt Noch ein Ziel Und wir haben gewonnen Aber wir brauchen nur noch ein Ziel Das ist doch gut Mich wunderts, dass noch keiner reingekommen ist Und gesagt hat, ich soll leiser reden Weil normalerweise ist das immer so Aber wenn das so ist, dann kann ich ja Ja, ich wohne Gott sei Dank im Keller Die Dachtung aufnehmen Ja, das würde ich auch gerne Im Keller wohnen, ey Das wäre ja der Traum Das ist voll chillig Vor allem im Sommer, Alter Meine Familie oben im Wohnzimmer Ah, es ist so warm Und ich so Bitch, please, ja Please Alter, du hast 19 Zwerst jetzt Ich bin grad voll geil, ne? Ja, ich merk's So verhältnismäßig Wo ist er hin? Oh, aim Dad aim Dad aim Dad aim Ach scheiße, lass mich einfach bei dir spawnen Willst du bei mir spawnen, dann beeil dich Ich bin nämlich so gut wie tot Jaja, sollen die Gegner nicht kommen Schön, ich bin da Schön, ich bin da Ich bin da Okay Buddy spawn Ich hab dich ge... Ich hab mich grad grad an dir geheilt Ich komm einfach mal mit dir mit Bei mir ist einer Ja, da ist einer Oder sind sogar zwei Ich weiß grad nicht Ich hoffe mal du hast einen Oh, no, no Nein, hast du nicht Toll Von hinten kam auch noch, Alter Ich hab gedacht ich pre-fyre einfach mal voll intelligent rein und warte bis die alle reinlaufen Und dann Ich glaube ich kann mich an dir heilen Das wär eigentlich voll geil Ja, wär nur und so, ne? Stell dir mal vor, du müsstest... Stell dir vor, du müsstest bei Battlefield 3 nicht auf nen scheiß Medic warten, sondern Du gehst einfach zu ihm und heizt dich an ihm. Fast wie bei Ghostbretion Future Soldier. Genau. Ich hake dich, bis es dir wieder gut geht. Fassen die Leute bei dir auch durchs Magazin anstatt ans Magazin? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 20 zu 13. 11 zu 14. Ich bin so schlecht. So. Geilo Milo, wa? Aha. Weiter. Not bad, not bad. Aber ich mache jetzt mal kurz den kleinen Cut, um zu schauen, ob ich denn laut genug war und bla. Ich nicht. Ich habe ja noch 38 Sekunden Zeit. Aha, das werde ich ganz schnell machen. Aufnahmen. Private 5. Alter, wir nehmen schon so 55 Minuten auf. Na geil, wa? Oh, ich bin sogar jetzt Private Class 1. Also, Level 6 müsste ich glaube ich sein. Die 7-Fail-Minuten da. Also, ich glaube wir haben jetzt eigentlich, wie lange haben wir aufgenommen? 55 Minuten. What the fuck? Und ich wurde angeschrieben von irgendwo. Und ich wurde angeschrieben von irgendwo.